Hallo, willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel mit einer neuen Folge vom Lawmaker's Guide to the Galaxy und Sherry Hayberg und mit mir, eurer Cecilia. Ja, für alle, die neu sind, beim Lawmaker's Guide to the Galaxy schauen wir gemeinsam ins Star Citizen-Universum, reden über verschiedene Systeme, Wissenschaften oder auch Ideen für Geschichten, die dann später eingebaut werden sollen. Heute geht's um Tamsa und Min. Very shiny. We're going to do Tamsa. So, let's go. Tamsa ist das einzig bekannte System, in dessen Zentrum sich ein schwarzes Loch befindet. Ein schwarzes Loch ist ein Objekt, dessen Anziehungskraft so extrem stark ist, dass aus diesem Raumbereich nichts nach außen gelangen kann. Also, ja, kein Licht, keine Materie, keine Teilchen oder wie Sherry sagt, nicht mal Big Bennys Automaten können dem entkommen, dem schwarzen Loch oder auch keine Kartoffeln. Hier sieht man den schönen, leuchtenden Strahlenkranz der Corona. Nun zu Tamsa. Tamsa wurde im Jahr 2943 von Kothi Butt Thelmer entdeckt, doch nach einem Mathe-Genie mit dem Künstlernamen Tamsa Weill benannt. Und ihre Kunst, also Tamsa Weills Kunst, wurde als Mathematical Poetry, mathematische Dichtkunst oder Poesie beschrieben, oder auch als wunderschöne Verbindung von Präzision und Chaos. Das ist doch eigentlich passend für so ein System mit einem schwarzen Loch. Apropos, Sherry empfand schwarze Löcher früher als sehr beängstigend, hat sie gesagt, weil sie immer dachte, dass alles oder alle für immer und ewig weggesaugt und verschluckt werden. Jetzt weiß sie natürlich, dass das Quatsch ist. Ja, schwarze Löcher sind nämlich eigentlich keine Löcher. Sie sind eher Zombie-Sterne bzw. auskühlende Überreste toter Sterne. Also zumindest die stellaren, schwarzen Löcher. Und sie haben zwar eine sehr starke Gravitation, saugen aber nicht das komplette Universum ein. Denn sie haben auch stabile Punkte, wo Himmelskörper existieren und kreisen können. Klar, man sollte diesen Ereignishorizont hier nicht überschreiten, denn sonst wird man tatsächlich eingesogen und muss dafür immer verweilen. Obwohl man wahrscheinlich auch schön die Zeitdilatation oder Ausdehnung beobachten könnte. Ja, wo wir bei Einstein und Schwarzschild wären. Ein kurzer Einschub von mir, also bei der allgemeinen Relativitätstheorie. Ja, wäre doch auch cool. Aber Sherry wird es trotzdem nicht riskieren. Ich auch nicht. Ich will ja nicht zusammengepresst werden wie eine Presswurst. Zur Erklärung nochmal. Schwarze Löcher entstehen aus sehr massereichen Sternen, die irgendwann mit einem enormen Knall der Supernova sterben. Was dann aus den toten Sternen wird, hängt von ihrer Masse ab. Dieser hier war ein blauer Riese, der die Spektralklasse O und damit eine sehr hohe Leuchtkraft hatte. Auf einen Stern wirken zwei Kräfte. Die Gravitationskraft, die den Stern zusammenziehen will und der Strahlendruck, der dieser entgegenwirkt. Wenn der Druck und Temperatur sinken, bis eine Fusion von Wasserstoff zu Helium nicht mehr möglich ist, dann verschwindet auch der Strahlungsdruck, der den Stern im Gleichgewicht gehalten hat. Der Stern wird dann instabil und stürzt irgendwann in sich zusammen. Nach ihrem Tod werden die Sterne dann so stark durch die Gravitationskraft zusammengepresst, dass sie unendlich dicht sind. Das heißt, eine enorme Menge Materie wird in einem einzigen Punkt konzentriert. Dieser Prozess ist natürlich viel umfangreicher, deshalb lest gerne noch in dem Buch nach, ich habe das mal für euch gleich auf Deutsch übersetzt, gekrümmter Raum und verbogene Zeit von Kipthorn. Zurück zu unserem Planetensystem. Temsa 1 ist hier oben. Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Es ist ein ketonischer Planet, so nennen Astronomen Gasgiganten, deren Wasserstoff- und Heliumatmosphäre aufgrund einer Annäherung an einen Stern schwindet. Die sogenannte hydrodynamische Flucht. Zurück bleibt ein Gesteins- oder Metallkern, der einem terrestrischen Planeten gleicht. Da schlägt doch das Mining-Herz gleich höher bei euch, oder? Das höre ich doch. Doch Temsa 1 steht unter Bewertung des Fair Chance Acts. Deshalb darf den Planeten niemand betreten. Aber ich denke, sobald sie kapieren, oder Cherry denkt das, sobald sie kapieren, dass in einem schwarzen Loch kein Leben stattfinden kann, könnte man ja vielleicht auch über Schürfrechte nachdenken. One more, if we zoom way out, Temsa 2 over here. It's a gas giant. It's about the size of Jupiter. Es gibt noch einen weiteren Planeten in diesem System. Temsa 2. Ein Gasgigant mit der Größe Jupiters, beziehungsweise der Masse Jupiters, einer dicken Atmosphäre und sehr dichtem Kern. Genau wie Temsa 1 ist er ein vagabondierender oder ein Wanderplanet. Beide wurden anscheinend von der Schwerkraft des schwarzen Lochs eingefangen. Unklar ist aber, ob Temsa 1 vielleicht von einem vorbeiziehenden Stern durch seine Anziehung aus seinem ursprünglichen System herausgeschleudert wurde und dabei seine Atmosphäre verlor. Oder ob es ähnlich wie Sterne in kollabierenden Gaswolken gebildet wurde. Warum Temsa 2 wiederum seine Atmosphäre behalten hat, darüber wird noch nachgeforscht. Weil Temsa so klein ist, reden wir einfach noch über ein zweites System heute. Und zwar über Min. Min ist auch ein Wanderplanet, ähnlich wie bei den eingefangenen Planeten im Tamsa-System. Warum es aus seinem System herausgeschleudert wurde, wissen wir auch hier nicht. Min hat vier Monde. Min 1a bis D wurde 2473 entdeckt unter zwei Sprungpunkte. Was sehr ungewöhnlich ist, da es sich um einen Planeten und keinen Stern handelt. Es ist also ein Mysterium. Ja, ansonsten hat es genau wie Tamsa 2 die Masse Jupiters, erzeugt seine eigene Wärme, nach dem sogenannten Kelvin-Helmholtz-Mechanismus. Heißt also, wenn die Oberfläche eines Planeten abkühlt, wird der Druck auf den Planeten weniger und dadurch wird der Planet dann kleiner. Dieses Zusammenstauchen wiederum bewirkt ein Aufheizen des Kerns. Ja, das ist doch Wissenschaft. Min 1b ist der wahrscheinlich interessanteste Mond überhaupt, denn entgegen aller Erwartungen ist er bewohnbar und besitzt eine große Menge an Erdwärme, wodurch flüssiges Wasser an der Oberfläche verfügbar, also zugänglich wird. Das wiederum ist zwar eiskalt und nicht ideal für menschliche Ansiedlungen, aber klar, wie wir Menschen so sind, wir haben uns da dennoch niedergelassen, zumindest teilweise. Gefährlich sind allerdings die jüngsten Funde bioluminescenter Bakterien in den Ozeanen. Deshalb wird derzeit auch überlegt, ob man auch hier den Fair Chance Act geltend machen sollte. Da dies aber noch nicht geschehen ist, werden Stimmen laut, dass es dort sowieso keine wertvollen Ressourcen mehr gibt, da diese schon vor langer Zeit abgebaut wurden. Ja, die meisten gehen also davon aus, dass die Regierung den Fair Chance Act nicht geltend machen wird, weil hier eh nichts mehr zu holen ist, was dann wiederum für die Bakterien nicht so gut wäre. Ja, aber dazu finden immer noch Nachforschungen statt. Min 1c ist der kleinste von allen Monden im Min-System. Und Min 1a sehr ähnlich. Also er ist unbewohnt, felsig und komplett ausgebeutet. So, und wo haben wir jetzt Min 1d? Ah, hier bist du, du kleiner Racker. Ja, dieser Babymund ist kleiner als 1b, aber größer als 1c. Wie in der Schule damals, fällt mir gerade auf. So, er besitzt viele kleine Einschlagkrater, die vielleicht Aufschluss über die Entstehung des Min-Systems geben könnten. Da seid ihr jetzt gefragt, also wo sind die Forscher unter euch? Hier könnt ihr noch ein bisschen graben. So, das war es zu Min. Zwei Sprungpunkte als Nexus-Verbindungsglied, ein Wanderplanet mit vier Monden. Ja, einfach spannend, cool und bewohnbar. Also, naja, gerade so. Dann war es das auch schon mit zwei kleinen, spannenden Planetensystemen. Tamsa und Min und euren beiden Moderatorinnen, Sherry und mir, eurer Cecilia. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns wie immer ein paar Likes da, abonniert uns oder unterstützt uns auf Patreon. Und wir sehen uns auf dem Flight Deck. Eure Cecilia. Eure Cecilia. Eure Cecilia. Eure Cecilia. Vielen Dank.